Hallo und herzlich willkommen zum Börsenplatz Zürich. Heute geht es um die Partners Group. Darüber spreche ich jetzt mit Vivian Spanberg von Vontobel. Ja, Frau Spanberg, die Partners Group hat in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Beteiligungen, Zukäufen, aber auch Verkäufen getätigt. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen? Die Partners Group erwirbt ja für seine Kunden, wie beispielsweise Vermögensverwalter, Pensionskassen oder auch Family Offices, eben Beteiligung an nicht börsenkotierten Unternehmen. Somit haben Sie schon die eine oder andere Transaktion bestimmt auf der Uhr gehabt dieses Jahr. Eine Transaktion, die so ein bisschen als Gerücht durch den Markt geht, ist im Dezember vor allem Breitling gewesen, dass Sie eine Mehrheitsbeteiligung an Breitling ansehen. Sie haben schon eine Minderheitsbeteiligung, eine signifikante Minderheitsbeteiligung für einen Kunden durchgeführt. Damals, 2017, wurde Breitling dann mit drei Milliarden Schweizer Franken bewertet für diesen Anteil. Jetzt soll sogar der Preis noch höher gewesen sein, nämlich 4,2 Milliarden wurde hier dann Breitling bewertet, was die einen oder anderen Analysten doch schon ein bisschen Stirn runzeln lässt. CWC, die noch die Mehrheit hält an Breitling, hat nämlich 800 Millionen Schweizer Franken dafür bezahlt. Also hier muss erst mal abgewartet werden, wie dann auch vielleicht die Transaktion dann wirklich ans Licht kommt. Eine, die ans Licht gekommen ist, die Partners Group gerne mitgeteilt hat, ist beispielsweise die Mehrheit, die sie übernommen haben an der indischen Gesellschaft, Spansure Energy. Die haben in der Vergangenheit Solarkraftwerke in Indien gebaut und die wollen jetzt umfunktioniert werden unter der Führerschaft von Partners Group. Mit ungefähr 400 Millionen Dollar wollen sie hier investieren zu einem Next Generation Stromerzeuger, der unabhängiger sein will. Und die sollen hier vor allem Solarwind, Solarwind-Hybrid- und Batteriespeicherprojekte angehen. Und dann vor allem langfristige Stromabnehmeverträge hierfür industrielle Kunden, aber auch gewerbliche. Und das ist nicht der einzige oder die einzige Investition, vor allem in Infrastruktur. Sie haben beispielsweise auch die Übernahme von Edge Core abgeschlossen, 1,2 Milliarden. Das ist ein Anbieter von Rechenzentren für die größten Cloud, Internet und Technologienunternehmen der Welt. Und damit ergänzt auch Partners Group seinen Bereich Private Infrastructure. Hier vor allem, wie der Name schon sagt, Infrastrukturprojekte. 130 Investitionen haben sie schon getätigt mit einem Gesamtvolumen von 20 Milliarden Dollar. Und hier geht es vor allem um die grundlegenden Themen Dekarbonisierung, New Living und Digitalisierung und Automatisierung, von der hier am Ende dann profitiert werden soll. Also jede Menge los bei der Partners Group. Es gibt auch noch eine weitere spannende Aktivität. Die Partners Group hat vor kurzem einen neuen Geschäftsbereich ins Leben gerufen. Die Sparte heißt Private Wealth. Was steckt dahinter und wie sinnvoll ist dieser Schritt? Der Partners Group hat sich auf dem Markt umgeschaut, wo man vielleicht noch den einen oder anderen Kranken einsammeln kann. Und für viele, nicht nur für Partners Group, Private Equity Firmen, ist der Privat- oder das Privatanleger-Segment doch schon sehr verlockend. Denn Partners Group hat den neuen Bereich Partners Group Private Wealth. Hier soll vor allem mit 37 Milliarden Dollar dann ungefähr ein Drittel des Gesamtverwaltungsvermögens umfassen. Und hier vor allem, weil die großen, also beispielsweise Pensionskassen oder auch Immobilienfonds oder ähnliches, also große Pensionskassen, aber auch Vermögensverwalter hier in den letzten Monaten und Jahren doch schon ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Vor allem was Wertentwicklung und auch die Finanzierungsschwierigkeiten angeht. Da musste man sich noch ein bisschen was anderes umsehen, wo man eben Geld bekommen kann. Und da sind die Privatanleger auch nicht nur Partners Group in den Sinn gekommen. Nämlich Privatanleger können auch in Private Equity investieren. Es gibt aber einige Vermögensschwellen, die man einhalten muss in den USA. Beispielsweise muss man mindestens 200.000 Dollar verdienen oder ein investierbares Vermögen von einer Million Dollar haben, um eben in Private Equity Firmen oder Fonds investieren zu können. Aber gerade dieser Bereich wird für viele dieser Private Equity Firmen immer interessanter. Und somit hat sich auch Partners Group eben dazu entschieden, einen eigenen Bereich dafür aus dem Boden zu stampfen. Hier hat zum Beispiel Konkurrenz wie Blackstone, Apollo und auch Ares Management haben zum Beispiel eigene Teams, die diese Produkte eben an Privatkunden hier vertreiben. Für Partners Group ist es auch nicht wirklich neu. Sie haben beispielsweise auch mit einer der ersten den Private Equity Fonds, also für Privatanleger, auf den Markt gebracht. Und der ist seit 2009 der erste Privatmarktfonds. Und der hat eine Größe von 12 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögen. Also hier geht immer schon mehr die Richtung, eben Privatkunden hier auch für Private Equity begeistern zu können, auch wenn diese ein bisschen mehr Vermögen sein müssen. Aber eben gerade weil Pensionstasten oder Vermögensverwalter hier vielleicht auch den ein oder andere Restriktionen im Moment haben, gehen sie hier einen anderen Weg und versuchen, die Privatkunden anzugehen. 2022 ist bald zu Ende. Es war ein Jahr voller Krisen und Probleme. Ukraine-Krieg, Inflation, Zins- und Inflationsängste etc. Wie haben sich dann die ganzen Probleme auf die Partners Group ausgewirkt? Also man ist irgendwie von einer Krise in die andere gesprungen. Für Private Equity war zwei 21 Jahre Konjunktur hoch. Ja, da ging es richtig los mit Kauf und Verkauf. Und für die Partners Group sieht man auch im Aktienkurs relativ gut. Da haben sie aber dieses Jahr schon ein bisschen, sage ich mal, tiefer gestapelt. Sie haben einen Mittelzufluss hier zwischen 22 und 26 Milliarden angeschlagen. Für dieses Jahr, letztes Jahr waren es 25 Milliarden. Also da war aber auch die Marktdynamik ein bisschen was anderes und vor allem auch die Pandemie. Da wurde noch ein bisschen was nachgeholt letztes Jahr. Aber sie haben jetzt auf den Halbjahreszahlen, die sie präsentiert haben, im August auch gesagt, okay, dieses Band, das schätzen wir auch einhalten zu können. Da gab es auch ein bisschen operativere Zahlen. Sie haben Ende Juni verwaltetes Vermögen 131 Milliarden gehabt. Ende 2021 waren es noch 127 Milliarden. Und das operative Geschäft hat sich solide entwickelt, wenn man so sagen darf. Sie haben nämlich minus 22 Prozent Gesamteinnahmen gehabt auf 881 Millionen Schweizer Franken. Das ist eine Marge von 1,44 Prozent. Aber das starke Waktum in ihrer Management-Fee konnten sie nicht ausgleichen, weil nämlich zum Beispiel die Performance-Fee hier extrem eingebrochen ist, was man einfach sagen muss, dass natürlich Performance-Fee performanceabhängig ist. Und die ist dieses Jahr nicht so geglückt. Die Management-Fee wuchs nämlich um 18 Prozent auf 809 Millionen. Und die Performance-Fee ging um 84 Prozent zurück und belief sich auf 8 Prozent der Gesamteinnahmen, also 72 Millionen Schweizer Franken. Das Band, was sie gemacht haben, war 5 bis 10 Prozent. Da liegen sie mit ihren 8 Prozent vollkommen drin. Aber es gab auch zwei Faktoren, die das beeinflusst haben. Vor allem, weil sie 2021 schon Verkäufe getätigt haben, die sie eigentlich dieses Jahr machen wollten. Und die, die sie dieses Jahr machen wollten, haben sie jetzt verschoben auf nächstes Jahr. Also haben sie eben weniger verkauft, was ihre Performance-Fee dann hier geschmälert hat. Operativ, also EBIT, belief sich dann auf 570 Millionen mit einer EBIT-Marge von 64,7 Prozent. 2,6 Prozent mehr und der Reingewinn erstes Halbjahr 464 Millionen Schweizer Franken. Für dieses Jahr erwarten sie auch, dass die Performance-Fee weniger als 20 Prozent sein wird. Aber mittelangfristig gehen sie dann davon aus, dass die Performance-Fee wieder zwischen 20 und 30 Prozent sich belaufen wird. Also haben sie erst mal einen richtigen Knacks hier in ihre Performance-Fee bekommen. Aber Management-Fee war hier doch schon positiv. Jetzt hat ja die Partnerskurve einen durchaus langfristigen Horizont. Wie sehen Sie die Perspektiven für das nächste Jahr und die Zeit darüber hinaus? Der stärkste Treiber für die Private-Equity-Firmen war bis dato eigentlich die lockere Geldpolitik, weil im Tiefzinsumfeld viele institutionelle Anleger ein bisschen Rendite gesucht haben und sich da eben auch zu Private-Equity hingezogen gefühlt haben. Und somit haben sie hier sehr viel Geldzufluss erhalten, was jetzt zur Folge hat, dass nicht mehr so viel Geld fließt. Deshalb auch Private Wealth, deshalb auch wieder Privatkunden, wo sie natürlich dann rein wollen. Und vor allem hat es aber auch dazu geführt, dass der hohe Geldzufluss in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass sehr, sehr viel Wettbewerb herrscht und die Preise angezogen sind bei Private-Equity-Firmen. Und hier die Transaktionszeiträume nicht mehr Jahre sind, sondern hat sich auch Wochen verkürzt. Da hat Partnerskurve sich aber relativ gut eingestellt. Sie sind schon lange vor dem Verkauf an den Firmen dran, um diese eben zu bewerten und zu analysieren. Und bis jetzt haben sie das auch relativ gut gemacht. Wenn man sich weltweit mal das Vermögen anschaut, was in Private-Equity investiert wird, sind das 2,5 Prozent. Und zum Beispiel die Fonds, die größeren Fonds, machen 4,5 Prozent des verwalteten Vermögens. Das sind Private-Equity. Die kleineren machen nur 0,6 Prozent. Deshalb kann man hier vielleicht noch ein bisschen was obendrauf laden. Aber Partners Group hat vor allem eine relativ gute Marktstellung. Die sind nämlich in einer Nische unterwegs. Sie kaufen mittelgroße Unternehmen. 500 Millionen bis 2 Milliarden Bewertung haben die. Und da sind sie nicht direkt in der Konkurrenz mit den Großen, wie beispielsweise KKR, Blackstone oder eben Apollo. Die sind eben in einer ganz anderen Klasse unterwegs. Und die machen dann die großen Deals. Aber gerade diese Nische suchen sie sich Player aus, die nur in einem Land oder einer Region tätig sind. Und dann sind sie gegenüber kleineren Private-Equity-Firmen wieder gut aufgestellt, weil sie global richtig gut vernetzt sind. Und Eigentümer dann lieber eben expandieren wollen und in neue Länder wollen und somit Partners Group dann hier auch als Partner wählen. Und da haben sie dann gegenüber den kleineren Private-Equities hier den Vorteil. Und weiterhin wird auch für den Markt der Private- oder Privatmarktanlagen hier auch relativ rosige Zukunft eigentlich ausgemalt. In einigen Ländern wird eben schon darüber diskutiert, ob Private-Equity auch in die private Altersvorsorge hier berücksichtigt werden soll. Und ursprünglich eben nur für institutionelle Anleger geöffnet, jetzt auch wieder die Privatkunden mehr geöffnet oder ob man diesen Markt eben auch mehr Leuten zugänglich machen soll. Hier muss man aber auch dazu sagen, ist natürlich auch mit anderem Risiko verbunden, als börsennotierte Unternehmen. Aber hier geht schon so ein bisschen der Grundsatz um. Jetzt fallen ja auch die Bewertungen. Jetzt kann man wahrscheinlich auch günstig kaufen, was vielleicht für die ein oder andere Private-Equity-Firmen dann auch gut ausging. Dann wollen wir zum Schluss noch über die Aktie der Partners Group sprechen. Die hat ja dann ein schwaches Jahr hinter sich, analog zum Gesamtmarkt. Allerdings kam das Papier ja auch von einem hohen Niveau. Wie schätzen denn die Analysten die weiteren Aussichten ein? Auch Partners Group konnte sich dem Negativ-Trend nicht entziehen, obwohl sie ja nicht börsennotierte Unternehmen kaufen. Aber die Aktie hat eben auch seit Mitte letzten Jahres dann schon relativ stark verloren. Aber wenn man zum Beispiel die Dividenden anschaut von Partners Group, die eigentlich immer relativ gut performen können dieses Jahr, machen sie 20 Prozent plus an Dividenden, 33 Schweizer Franken für das Geschäft des 2,21. Und auch die Aussicht der Dividenden ist für Partners Group immer relativ positiv gewesen. Sie haben seit ihrem Börsengang 2006 die Dividende nie gesenkt. Nur einmal wurde sie nicht angehoben, 2009. Und bis dahin haben sie zum Beispiel im Börsengang, seit dem Börsengang, eine Kursentwicklung der Aktie von fast 900 Prozent hingelegt. Und für die meisten Privatanleger ist eben der Kauf von Anteil einer quotierten Private Equity Gesellschaft eine Möglichkeit, zumindest in diesen Markt der Private Equities hier zu investieren, wenn man schon eben nicht den Fonds kaufen kann, weil man beispielsweise nicht eben in diesen Vermögensklassen unterwegs ist. Und somit ist das immer eine nette Alternative für viele Anleger. Und auch das 12-Monats-Durchschnitt-Kursziel laut Bloomberg für Partners Group ist nett. Das liegt nämlich bei 1.123 Schweizer Franken. Das sind aktuell fast 40 Prozent vom aktuellen Kurs, was ja auch als Potenzial der Aktie noch für zwölf Monate hier zugesprochen wird. Die liegt nämlich aktuell bei 809. Auch das Rating ist mehr auf der Buy-Site. 64 Prozent Buy-Rating und 36 Prozent Hold-Rating. Kein Sell-Rating auf der Partners Group. Wir sehen doch vielleicht der ein oder andere Analyst, dass die Bewertungen aktuell vielleicht die Talsohle erreicht haben und somit kann das Private Equity jetzt voll durchstarten. Sagt Vivian Spandak. Vielen Dank und schöne Feiertage. Danke gleich. Das war die aktuelle Ausgabe von Börsenplatz Zürich. Heute mit einem Blick auf die Partners Group. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.